Mein Freund, warum hast du kein Horizon Zero Dawn gespielt, obwohl du eine Playstation 4 besitzt? Ich weiß nicht, was mich interessiert hat. Okay. Ich dachte immer so, das ist so das Playstation 4 Exklusivspiel. Ja, schön für das Spiel, aber das interessiert mich trotzdem. Auf jeden Fall, sobald das installiert werden kann, wird es installiert, kurz angetestet wegen OBS und so ein Kram, Stabilität und dann wird das gestreamt. Ich warte jetzt nur drauf, dass du mich einlädst. Ja, ja, ich muss gerade gucken, wie das geht. Ist eigentlich relativ einfach. Du startest das Spiel, kommst mal online, du bist nämlich unsichtbar wahrscheinlich. Ja, ich bin gerade im Game drin. Ähm, dann drückst du Umschalt und Tab. Was heißt Umschalt und Tab? Dann öffnet sich das Overlay, klickst auf meinen Namen, rechtsklick und dann die Lobby einladen. Ach. So, zum Zuschauen einladen, handeln, verwalten, Spiel starten. Dün, dün, dün. Aber ich muss doch meinen aktuellen Spielstand irgendwie hosten, ne? Das kriege ich gerade nicht geschissen. Ich glaube, das geht so. Ich muss den Keimer fragen, der weiß ja bestimmt, ähm, ähm, der weiß ja ein bisschen mehr, wie das machbar ist. Ich gucke gerade mal ein bisschen in Optionen rum, warte mal. Ne, in Optionen brauchst du nicht zu gucken, das kannst du nicht. Ähm, ich glaube, du musst mindestens ein Haus in deinem, ähm, auf deiner Farm frei haben. Kannst du aber bei der Robin ganz einfach kaufen. Okay, warte mal, dann mach ich das. Das wird auch, ähm, das wird auch sofort, äh, das wird auch sofort gebaut, glaube ich. Ah, das wird sofort gebaut? Nice. Ich meine schon. Kai, berichtige mich, wenn ich, äh, wenn ich scheiße labere. Wie gesagt, das ist schon ewig her, seit ich das letzte Mal Stadio gezockt habe. Dann kommst du einfach in die Lobby und sagst, ey, Sascha, labere nicht so eine Scheiße, du Penner. Und dann halte ich auch in die Fresse und gehe in die Ecke und schiebe mich. Jetzt müsste ich nur wissen, was die, äh, Rabiml, Rabobin für Materialien will. Ich glaube, Materialien will die für das Haus gar nicht, sondern nur ein Hunni. Ist ja geschenkt. Haja, die Häuser sind wirklich geschenkt. Ja, es ist noch 7.10 Uhr, ich muss warten, bis die alle den Laden aufmachen. Tja, wer weiß, was die da gerade noch um die Uhrzeit macht, obwohl... Die wird mit dem Metrius noch ein bisschen rumschickern. Die ist gerade nicht auf Augenhöhe. Hahahaha. 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 Habe ich mir von Mittermeier gerippt. Oh, Leute. Ach, ich bin doch im Sommer, ich hasst die Mucke im Sommer. Ich bin die Mucke hier generell komplett. Ganz cool. Ja, aber die Sommermucke geht noch. Es gibt nur ein Spiel, was es geschafft hat, mir einen richtigen Ohrwurm zu geben. Wo ich immer, wenn die Musik läuft, mitsingen muss. Das ist bei Sommer in Mara. Da habe ich dem Entwickler auch geschrieben. Nächstes Mal, wenn ihr so einen tollen Song haben wollt und ihr braucht jemanden, der den irgendwie auf Audio einpfeift, sagt mir Bescheid. Ich bin da voll dabei. Gott, bloß nicht. Hahahaha. 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 So, auf Robin, mach den Bums auf jetzt. Du hast das Spiel übrigens auch auf der Wunschliste gesetzt, ne? Sommer in Mara. Ja. Ich hoffe, dir gefällt das und ich hoffe, du guckst auch das Let's Play dazu. Wenn dir das Spiel gefällt. Ich habe bei dir mal ein bisschen reingeguckt, ja. Super. Ja, ich habe jetzt letztens, ähm, ähm, ich habe jetzt letztens bei Sommer in Mara, habe ich jetzt, ähm, das Piraten-Outfit freigeschaltet. Und hab da das... Oh, fünf Fasern, ne, zehn Fasern und fünf Holz. Jetzt bin ich verarscht. Das ist doch fast gar nichts. Ja, aber das habe ich jetzt noch dabei. Ah ja. Mal zurückreiten. Slime Ranger ist auch nicht schlecht. Hm. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das könnte ganz lustig sein. Das habe ich auf jeden Fall mal gehört. Aber ich habe jetzt aktuell kein, ähm, nichts im Kopf diesbezüglich. Also keine Bilder. Aber habe ich mir, glaube ich, auch mal angeguckt. Ich besitze es leider nicht. Ich glaube, die Slimes dort, die sehen mir so, die sehen so, die sehen aus wie bei Dragon Quest. Moment, ich muss ja erst mal ein bisschen Platz auf dem Hof machen, sehe ich gerade. Ist ja gigapeinlich. Hakt mal noch ein bisschen Heu weg und dann... Hätte ich auch längst noch mal zwei Tage machen können. Ne. Klar, bist du da ein Scheiß geschissen kriegst? Ne. Ähm. Jetzt zieht sich ein Tag ewig. Ich kann doch gerne ein Follow. Ich kann doch gerne ein Follow da lassen, Leute. Wenn ich euch einigermaßen unterhalte. Das kostet nichts. Während du da deine Wassermelone isst. Genau. Ich warte eigentlich nur drauf, dass du machst. Du hast gesagt, es geht schnell. Ja, ja, ja. Und jetzt muss ich auf dich warten. Ich hab das Kackhaus vergessen, okay. Wir haben's gleich, Chef. Alles gut. Die Putze steht. Aber es ging eigentlich mit den, ähm, Follower gut nach oben. Muss ich sagen. Das letzte Mal, als du reingeguckt hast, war ich bei 28. Dann hab ich mal mit Stardew Valley angefangen. Dann haben wir zu viert gespielt. Und seit dem Tag ging's richtig los. Ja. So, okay, das Haus steht. Zui vor 19 Tagen war Nummer 20. Und dann ging's halt richtig oben. Ich speichere da noch schnell. Und dann geht's los. Aber da kann ich dich so schon einladen. Ah, stimmt. Meine Hausspinne. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Aber die macht ihren Job. Ich hatte vorgestern eine scheiß Mücke, äh, gestern eine scheiß Mücke in der Aufnahme. Die hat mich heute nicht abgefuckt. Okay. Ich hab jetzt so eine kleine Hausspinne, so. Und, ähm, die baut immer Netze. Und die weiß jetzt mittlerweile, wo sie die Netze bauen muss, dass ich sie nicht abreiße. Nicht, weil ich da nicht drankomme, sondern einfach, weil ich denke, da gehören sie hin. Und die hab ich halt Bertha getauft. Ich hab meine Spinne immer zusammengetauft. Und das fand der Kai halt, äh, vor zwei Tagen lustig, weil ich halt, weil er halt geschrieben hat, hat er seine Spinne gerade Gerberta getauft. Das hab ich wirklich gemacht, wirklich christlich. Und dann stand die da. Dann hab ich halt hier so ein, hab ich halt mit meiner Fingerkuppe so ein bisschen Wasser genommen. Und hab hier einen Tropfen auf den Rücken gesetzt. Und hab gesagt, ab sofort taufe ich dich auf den Namen Bertha im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Den Lobby einladen. Yeah. Hast du? Jawoll. Geil. Wunderbar. Ähm, ja, Spinnenphobie. Ich, äh, ich hab Respekt vor Spinnen. Ich hab schon so ein bisschen Schiss. Also ich würd jetzt auch nicht unbedingt jede x-beliebige große Spinne da irgendwie anpacken. Ähm. Eulenhof. Du bist ne Eule. Ähm, warum hab ich jetzt eine Million Milliarden Erfolge? Ach so. Weil ich ein paar geholt hab. Ich kann eh schon nix dafür, wenn du joinst. Selber schon. Ähm. Es hat übrigens eine Geschichte mit Spinne und Bertha. Die erzähl ich euch gleich. Ähm. Wie soll ich mich nennen? Übrigens, bevor jetzt irgendeiner in den Kommentaren schlau kommt. Ich hab alles selbst erwirtschaftet ohne Cheats, ne? Ähm, mag gerne, ähm. Ich bin so verrückt. Ja, ich hab's gesehen. Als du angefangen... Ich glaube, da hab ich dich frisch geedit in Steam. Und da hast du wirklich den ganzen Sommer nichts gemacht, außer Star-to-Berry gespielt. Der ist nicht so wie du, Kai. Der benutzt keine Item-Codes mit 5000 Schatzkarten. Ähm. Ich mag gerne... Brrrr. Bier. Ähm. Schnaps. Whisky. Okay. Ich bin jetzt zu faul, irgendwas herzustellen. Ich will nämlich einfach nur mal rumgucken. Ja. Ist ja auch einfach nur kurz zum zeigen, dann. Ich wollte mich eigentlich nur Hans-Dieter Otto nennen. Aber... Guten Morgen. Moin Oma. Oh, ne. Die ganzen Leute labern dich jetzt noch voll. Ei. Das war wirklich ein letzter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich will jetzt auch nicht gespoilert werden. Was? Einfach Escape, dann ist sie weg. Gartentopf. Tschüss. Was? Ach, da drüben bist du. Moin. Okay. Es hört sich... Es hört sich so an, als würden... Als hätte... Als hätten die... Ja, nimm dir den Gaul. Was? Was zum... Hüyaaaaa. Oh, yeah. Dann... Dann, 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 dann... Alter, dieses Schwein hört sich an, als hätte ich das irgendwie eingesprochen. Ey, mein Hof sieht so verwahrlost aus. Schlimm. Ah, es geht. Alter Schwede. Ich bin der kleine Reiter und Reiter. Was ist denn das für ein Vieh? Das ist eine Vogelscheuche. Alter, ich dachte erst, dieses Vieh hat mich so groß angeguckt. Dachte so, jetzt möchte er ein Stück von mir abbeißen. Alles klar. Oh je. Ich reite hoch zu Ross. Mir fällt kein Reim drauf ein. Ziemlich viel Gras hier. Bäume und Pilze. Okay. Ah, stimmt. Das UFO. Oh, das hatten wir ja auch. Warum hast du das noch nicht aufgehauen? Weil ich es als Deku liegen lasse. Okay. Ja gut, bei uns ist es halt mitten in der Farm gespawnt. Und da muss man halt sagen, ja, hm. So, alles klar. Und hier halt überall Sternfrüchte eingepflanzt, weil die macht mich dann zu Wein und kannst du am besten verkaufen im Sommer. Okay. Gibt richtig Asche. Und hier ist dein Brauerei-Keller. Ja. Alles klar. Falls dir aufgefallen ist, in deinem Kontostand 12 Millionen. Easy. 12 Millionen. Ja gut, bei Farm Together bin ich mit meiner Testfarm aktuell auch bei, ähm, aktuell auch bei knapp 400 Millionen. Ähm, das hier ist das fünfte Jahr. Das fünfte Jahr? Ja, krass. Weil die Frage gerade im Chat aufkam. Sick. Shit. Ah, hier gibt's noch einen leeren, äh, einen leeren Heuschuppen. Ja, den hat sie gestern gebaut oder so. Not bad, not bad. Kranker Shit. Gut, ähm, ich hab das Spiel noch nicht so lange gespielt. Von daher, ähm... Ja, klar. Ich hab ja auch, äh, ich glaub, 440 Stunden oder so auf Steam drin. Ich hab zwar ein paar Stunden... Ich hab zwar ein paar Stunden mehr, aber ich muss sagen, als ich mir das Spiel neu gekauft hab und es, äh, neu rausgekommen ist, ähm, hab ich, äh, wie heißt, hab ich mir das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen, weil ich an der, ähm, Editor-Datei rumgeab... äh, rumge... ähm, rumgefummelt hab. Und dann hatte ich halt mal auch ganz schnell 99 Millionen. Hat aber zum Glück nicht... Äh, hat aber zum Glück nicht in der, ähm, in der Achievement-Liste gefehlt. Und dann hab ich halt mal alles einfach mal ausprobiert und wollte mal chillen und testen und allem drum und dran, aber irgendwie hat's mir den Spielschaus-Spaß versaut. Und dann hatte ich halt Geburtstag im September und ein Kumpel hat mir dann Witcher 3 geschenkt und dann war sowieso vorbei. Ah, nice. Und dann im Herbst-Sale hab ich mir dann die DLCs zu Witcher 3 geholt und dann war sowieso vorbei. Ah, nicht schlecht. Ja gut, den Rest kennen wir, ja. Ja genau, also wie gesagt, nur mal kurz gezeigt, ne, man kann auch einiges besser machen, äh, gerade jetzt auch mit den, mit den aktuellsten Patches und so. Ja, ich sag's mal so, deine Farm ist halt ziemlich viel, äh, deine Farm ist halt aktuell sehr auf viel Kohle aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hab überhaupt die Schild gebaut, einfach nur auf... Genau, ich zum Beispiel versuch halt wirklich ein bisschen auf Style zu, äh, zu bauen. Sprich, hat man ja schon gesehen, dass ich mein erstes Feld so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auf Stil ausbaue. Mit Umzäunung, mit allem drum und dran. Das bedeutet, meine Farm wird definitiv etwas anders da aussehen. Ja, klar. Ähm, ja, es hat nur die Frage, wie, wie die Vogelscheuchen sind. Weil so wie es aussieht, haben die doch eine relativ große Reichweite, die Vogelscheuchen. Die haben eine sehr große Reichweite. Ich glaub, die haben... Lass mich nicht lügen, acht oder zehn Felder in jede Richtung. Und dann halt so ein Radius ziehen. Das bedeutet, ich könnte die Vogelscheuche, die ich hab, eigentlich absetzen. Mein Problem ist halt, ich kann doch nicht einschätzen, welche Früchte jetzt, ähm, ab, ähm, abbaubar sind. Bedeutet, wenn du jetzt mal hier siehst, wie ich jetzt beim Feld stehe, ähm, gibt ja auch Früchte, die man von allen Seiten nur so abbauen kann. Und deswegen lasse ich da mindestens immer ganz gerne mal eine Reihe, äh, frei, dass ich da halt... So normal als Stockfrüchte jetzt zum Beispiel Weintrauben oder so, die anderen Bohnen und so weiter und so fort. An so einer Ranghilfe wachsen. Genau. Genau so was. Und deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber in der Regel kann ich eigentlich, ähm, kann man das bei dem Saatgut schon ein wenig abschätzen, indem man einfach guckt, ähm, was kann jetzt mehrmals abgeerntet werden und was nicht. Ja, das stimmt. Ich verstehe. Gut, dann habe ich auch was gelernt über Vogelscheuchen. Super. Und ich weiß halt nicht, wie lange du jetzt noch spielen willst. Äh, ich geh jetzt wieder raus. Also du kannst, äh... Ich bin jetzt auch schon wieder draußen. Ich gehe mal ganz kurz auf unsere gemeinsame Farm, werde nicht speichern, um einfach mal zu zeigen, wie weit wir jetzt im Stream gekommen sind. Wir haben die Farm im Stream geöffnet. Warum habe ich hier so einen dicken Bär rumliegen? Ähm, wir spielen zu viert auf dieser Farm aktuell. Und wir sind noch relativ nah. Wir sind, ähm, Mittwoch, 17. Herbst. Weiter war ich auch insgesamt in meinem Leben nicht. Äh, die Kürbisse. Hier haben wir, ähm, halt einen Brunnen und hier ist, ich weiß gar nicht, wer hier wohnt. Ich glaube, das ist das Haus vom Sky. Vom Kai, glaube ich, müsste das sein. Ähm, hier ist ein kleines Feld. Erstmal ist alles noch so ein bisschen in den Anfängen. Hier ist unser Meteorit reingefangen. Genau, da oben das ist vom Kai. Hier unten das Haus müsste vom Sation, glaube ich, sein. Oder vom, vom Saba Zero. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und. Schmeiß ich Sation mal wieder vom PC? Ey, ich brauch so so dringend den Platz. Ich meine, Stado ist nicht groß. Ja, was ist das? Und hier ist das Haus vom Sation oder vom Saba. Eins von beiden. Ähm, und ja, wir haben halt hier, ja, wir haben gar nicht so viele Heuballen. 480. Warum haben wir nur zwei? Ich glaube, wir sind gerade dabei, jedem Haus so ein, ähm, Futter-Silo zu bauen. Und. Der Saba meinte, es war ganz cool, hier so ein Zweier-Weg zu bauen. Das haben wir dann auch gemacht. Hier ist einfach nur ein bisschen was. Ja, so. Ihr habt ja einen gemeinsamen Geldbeutel, ne? Genau, wir haben gemeinsam einen Geldbeutel. Ähm, fand ich im Stream eigentlich ganz gut, weil wir dann, ähm, uns so ein bisschen absprechen. Vielen lieben Dank fürs Follow. Ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. Ähm, kannst natürlich getrennte Geldbeutel machen, ähm, ähm, kannst du natürlich, ähm, getrennte Geldbeutel machen. Dann musst du halt nicht immer fragen, wenn du was ausgeben willst, aber ich finde, das macht die Kommunikation einfach ein bisschen aus. Wenn du einen Geldbeutel hast und dich so ein bisschen absprichst, wer was kauft, wer was macht, ähm, hat es durchaus wesentlich mehr Potenzial, finde ich. Auf jeden Fall. Als, äh, getrennte Geldbeutel ist kacke, stell dir mal vor, der eine gibt jetzt hier 5000 Taler aus und baut alles voller Kürbis ab und eine andere Ernte, die ihn vertickt sind. Äh, ja, ne? Ja, das stimmt. Naja, ist alles hier noch am Anfang. Wir haben von Demetrius die Pilze genommen. Ah, nice, die Pilze habe ich auch immer genommen. Weil den Rest können wir ja anbauen. Und was? Genau, Zartion, das ist der Kai mit seinem komischen Itemcode. Der Carlo ist noch dabei. Ähm, drei Herzen bei Marni. Hier bin ich so ein bisschen, eigentlich wollte ich die Abigail, äh, die Abigail hier abbauen. Ähm, aber irgendwie scheint ich so das Gefühl zu haben, bei der Emily besser zu liegen. Also, mein Beziehungsstatus hier ist ausgeglichen. Drei Herzen bei der Marni. Das habe ich nur gemacht, um bei der alten, äh, an die Boxershorts vom Bürgermeister zu kommen. Drei Herzen bei der Emily, zwei bei der Lea. Obwohl die Lea der Kai haben will. Ähm. Es reichen auch übrigens zwei Herzen schon, um in die Häuser reinzunehmen. Ja, ich weiß, das dritte Herz habe ich irgendwie bekommen, weil ich danach irgendwie einen Auftrag von ihr hatte. Ach so. Ähm, per der Sabre wollte die Penny haben. Ähm, warum habe ich zwei Herzen bei der Harley? Ja, stimmt. Äh, zwei Herzen bei der Harley habe ich bekommen. Ich glaube, hier in dem Spielstand schenke ich dir immer das Zeug, was ich im Mülleimer finde. gefährlich, ja. Manche Sachen haben mir gut gefallen und jetzt hat sie mir halt irgendwie zwei Herzchen davon gegeben. Levis habe ich zwei Herzen, Demetrius habe ich zwei Herzen. Ähm, ansonsten überall ein Herzen, außer den Rest. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal, obwohl ich mich eigentlich mal ein bisschen um Maru kümmern wollte. Ah, Manni ist schwierig. Manni mag Quarz zum Beispiel ganz gern. Okay. Ich habe immer Blumen geschenkt. Das geht, aber das dauert so. Ja, Blumen sind generell bei jedem, aber gut. Ich finde es bei der Abigail ein bisschen komisch. Da schenkst du dir, schenkst du der alten Blume, Blumen und dann sagt dir, vielen Dank, woher wusstest du, dass ich Hunger habe? Da denkst du, denkst du dir, hast du dir gerade einen Finger in die Kiemen geschoben, alte? Das ist komisch. Und dann schenkst du ihr was zu essen, eine Brombeere oder so und dann sagst du so, ey, was will ich denn damit? Ähm, ist schon ein freches Früsch, ist schon ein freches Früchtchen, die Kleine. Ja, die sind dann ein bisschen eigen. Ähm, warte mal, wo habe ich denn hier? Wir machen gleich mit meinem Normalspielstand weiter. Ich habe hier noch einen Screenshot, den ich euch gerne zeigen wollte. Die Frage ist, wo finde ich die, ähm, wo finde ich die Screenshots? Das ist bei Steam immer so ein bisschen nervig. Alles klar, Screenshots verwalten, auf der Festplatte anzeigen, warum ist der weg? Mich vollidiot, ich habe das ja im Laptop gemacht. Warte mal, wo habe ich es denn? Ich habe das hier auf jeden Fall nochmal im Discord. Ach ja. Hier. Also da musste ich ja schon ein bisschen grinsen, als die Abigail mir das gesagt hat. Wenn du dich mit meiner Mama anlegen willst, dann gib ihr Lachsbeere. Sie findet nichts schrecklicher. Vielleicht ist sie allergisch dagegen. Da dachte ich mir so, okay, wer die zu Frau hat, braucht keine Feinde mehr. Haha. Musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Das war lustig. Komm, komm schon, das ist lustig. So, ich will hier gar nicht so viel weitermachen. Wir haben hier gar nicht so viel, ne? Eine Fresstruhe, die ist voll. Das ist unsere Mineralientruhe. Das sind hier so Bausachen aus organischem Material. Und hier ist die Werkzeugtruhe. Das ist auch gar nicht. Ja, so Holz und Stroh und hier so Nüsschen und so ein Scheiß. Und dann kannst du Schleim, keine Ahnung, was man mit dem Schleim macht. Der ist viel, kriegst, kriegst nix. Kannst du später Schleimbarren pressen oder so irgendwas. Ja, also ich hab mal versucht, ein paar, äh, ähm, welche zu verkaufen, aber du kriegst ja, kriegst ja, Alter. Ja, das kannst du vergessen. Du kriegst ja mehr für deine Fußnägel. Fingernägel für Dash.com, wir kaufen garantiert, doch weil es nur Fingernägel sind, erwarten sie nicht viel Cash. Aus Family League. Ja, ich guck viel zu viel Family League ein, so ein Scheiß. Das hört man bestimmt raus, ne? So ein bisschen. So, ähm, machen wir erstmal hier weiter auf meiner normalen Farm, weil der Zeitjohn kann nicht, das bedeutet, mir wären jetzt dann wirklich nur zu viert. Ähm... Ach ja, die liebe Gießerei. Ah. Ich finde eigentlich, wenn man die Gießkannen verbessert hat, so ein bisschen, dann läuft das eigentlich ganz gut. Es geht. Alter, diese Verwuchungen, die sind echt grausam, finde ich. Ich meine, bei dir geht's ja noch, du hast ja noch nicht viel Pflanzen. Guck mal, du musst unten die Pflanzen noch gießen, die untere Reihe. Ah, die habe ich vergessen. Mist. Jetzt muss ich das gerade wieder in den Hintergrund Sieht mein geschultes Auge sofort? Ja, es ist so ein bisschen entspannender. Ja, ich bin die Blumen verrecken lassen. Na gut, ich hatte hier ein Terrarium mit Kakteen und die sind mir auch vertrocknet. Und ich habe vor meiner IT-Ausbildung eine Ausbildung als Gärtner gemacht. Das war aber irgendwie total komisch. Also, vor meiner Ausbildung in der IT, also wo ich noch Garten-Mannschaftsbau gemacht habe, da wuchs bei mir alles. Also wirklich, also es ging wunderbar. Also ich hatte echt, keine Ahnung, meine Oma hat mir so einen kleinen Topf mit einer Tomatenpflanze geschenkt und die sind bei mir so groß gewuchert, dass du Ende Sommer, wenn Tomatensaison war, jeden Tag mindestens eine ganze hier so deine zwei Hände voll Tomaten hattest. Das war einfach super. Die haben auch voll lecker geschmeckt und es lief wunderbar. Also sämtliche Zimmerpflanzen haben bei mir sich vegetativ vermehrt. Das lief super. Und kaum bin ich hier nach in die Stadt gezogen, habe nicht mehr so viel, nicht mehr so gutes Sonnenlicht und schon es geht mir alles kaputt. Das ist hart, ne? Das ist aber wirklich, es liegt wirklich dran, was für ein Sonnenlicht die abkriegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Zimmer hast, wo du viel Ostsonne kriegst, dann wachsen die, dann wächst das und wächst, und wächst. Das ist super. Wenn du was hast, wo die nicht so viel, wo die keine Ostsonne hinkriegen, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus und dann hast du echt Probleme, da was zum Wachsen zu kriegen. Ja, die Ostsonne, die kennst du nicht. Ja, ist aber wirklich der Fall. Also ich hatte mal im Ostsonne. Ich hatte mal ein Zimmer, das hat so eine Linksbumswand gehabt, so eine Glaswand und da hattest du wirklich viel Morgensonne, wo die Sonne aufgegangen ist bis hin zum Mittag und da ist wirklich alles gewachsen. Wirklich jeder Scheiß. Ich habe mir eine Phoenix-Palme geholt, habe dann Praktikum in der Gärtnerei gemacht, also hinten in der Gärtnerei dann. Bin dann zu den Blumenfrauen nach vorne gegangen, habe mal gesagt, könnt ihr mir was hier, ich habe hier eine Phoenix-Pflanze, kann man die irgendwie vermehren und da sagt die Frau von dem Mann, der die, die war halt hier Frau und Mann, haben halt eine Gärtnerei geführt, er hinten beim Pflanzen und die vorne hat halt die Erzeugnisse im Verkauf verkauft und bin ich halt hin, habe ich einen Lehrmeister gefragt, hier so und so und davon habe ich keine Ahnung, gehen wir zu Frieda. Da bin ich dann nach vorne zu Frieda gegangen und die hat mir dann gesagt, ja Phoenix, die Pflanze ist sehr schwierig und dann habe ich ihr einfach mal Bilder von meiner Blume gezeigt, wie hast denn das hingekriegt? Ich habe keine Ahnung, also ich habe da mal reingepisst, ich habe die einfach nur liegen lassen und die war glücklich. Ach, schade. Ich versuche der Abigail immer was zu schenken, aber es ist schwierig. Ich habe doch einen Kürbis und ich vollidiot. Ja, also wenn man hier nicht mit dem Kopf dabei ist, dann läuft es ganz nicht so cool. Normalerweise ist es immer so, dass wenn ich im Stream bin, dass ich dann zu wenig trinke, aber aktuell ist so ein Amethyst, Abigail, steht doch auf Amethyst. Ja, auch auf Kürbisse angeblich. Ja, das stimmt ja auch, Kürbisse mag die auch. Ähm, Auster. Das ist aber... Ciao, Küssenvogel, mach's gut. Howie, Joey, mach's gut, bye bye. So, ähm, das da, das da. Äh, Fisch, Fisch. Wie ist das? Ananas? Sekunde, 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 ich muss das erstmal alles ein bisschen sortieren. Ich mag das nämlich überhaupt nicht, wenn mein Inventar aussieht wie jetzt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. was in meinem Zimmer ist, ist was anderes, aber das Inventar, es muss aufgeräumt sein. Ähm, hier kommt das hin. Jetzt hab ich eigentlich nur noch Müll und diesen getrockneten Stern, den ich Günther geben kann. Und ich würde gern nochmal zu Clint gehen, um eine Sache zu verbessern. Ist nur die Frage, was mach ich? Äh, ich glaube, ich bin mit der, ich sollte die Axt nehmen, dann kann ich nämlich in den Wald. Aber die empfehlen Axt oder Spitzhacke zuerst. Ja, ich mach erst die Axt, dann kann ich nämlich in den Wald und kann diese großen Bäume mal abhauen. Dann sind die nämlich auch weg. Ich mein, Hartholz hab ich genug, aktuell. Ähm, aber was man haben, was man haben kann, kann man haben. Ja, fand ich so ein bisschen schade, wenn du da wirklich startest, so eine Farm, und dir halt durch den Editor einfach, äh, schon ne, schon 10 Millionen ins Inventar rein haust. Und bei Clint alles kaufst, dann bist du halt ganz schnell ganz vorne. Und dann hat man auch ganz schnell die Lust dran verloren. Ich wollt grad sagen, dann verliert das Spiel auf jeden Fall dann seinen Reiz. Ich mein, bei Minecraft ist es was anderes, weil da hast du noch den Baueffekt, aber hier, äh, Stahlax, boah, 5000, leg mir am Arsch. Das wird teuer. Clint, der alte Gauner. Dieser, obwohl ich muss sagen, der Clint hat mir echt viel ausgeholfen, ähm, weil er nämlich ganz viel Sachen haben wollte, so Kupfererze sammeln und so ein Scheiß. So, das ist mein Museum, das läuft eigentlich ganz gut, können wir gleich nochmal drüber gucken. Ach ja, so kacke sieht's ja noch gar nicht aus. Nö. Bin erst im Sommer im ersten Jahr. Super, dann sind wir ja relativ, ja, ich bin schon im Herbst, aber weiter bin ich auch noch nicht. Aber ich hab hier schon ziemlich viel gefunden. Das meiste hab ich... Das erste Jahr, das erste Jahr ist generell brutal. Da krebst du nur mit kleinen Beträgen um. Das stimmt. Obwohl, ich muss sagen, die, ähm, das Angeln hat mir sehr viel geholfen. Da hab ich viele gute Fische bekommen. Wenn du die verkaufst, dann ist echt übel. Oder die Artefakte, die du halt findest. Ähm, wenn du Artefakte halt schon findest, die der Günther dir schon, ähm, bequatscht hat, dann sieht das alles ganz anders aus. Lea, die könnte noch ein Herzchen vertreiben. Du, ich bin mal kurz in der Küche. Alles klar. Ich will vielleicht auch gleich nochmal strullen. Ich trinke zwar nicht so viel, aber ich bin die ganze Zeit hier dran, äh, Wassermelone zu schnabulieren. Ah, ist voll lecker. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, Wassermelone oder generell normale Früchte esse ich so als Handfood, als Hand, ähm, Süßes viel lieber. Ähm, finde auch die Miene schwer, man muss mit dem kleinen Deutsch. Ja, das stimmt. Ähm, ich hab jetzt hier auch nur dieses, das ist jetzt kein Deutsch, was ich habe, aber ich hab jetzt hier, ähm, das Stahlkurzschwert gefunden, äh, während ich in der, ähm, während ich in der, ähm, wie heißt, ich hab halt in der Together Farm hab ich halt die Riesenkeule bekommen. Das ist wesentlich einfacher und angenehmer. Ähm, ich versuche eigentlich immer nur fünf, wenn ich die Miene besuche, versuche ich immer nur fünf, ähm, äh, nicht mehr als, äh, fünf Sachen zu kriegen, weil das an sich ausreicht, weil dann kannst du ja den, ähm, wie heißt's den, äh, wie heißt's, äh, den, den Fahrstuhl, kannst du dann benutzen. Von daher sollte man vielleicht, oh nein, Diego, entschuldige, mein Kleiner, hab ich dein Wasser vergessen? Geht's dir gut? Ja, wer ist ein feiner Hund? Das bist du, ja, das bist du. Ne? Ja, das ist ein lieber Hund. Ähm, ich hab keine Ahnung, wann das was bringt, aber okay. ist eigentlich ganz gut. Dann mach ich die nämlich weg und mach hier noch einen Holzweg hin, dann sieht das nicht ganz so komisch aus. Ich find, das sieht irgendwie grausam aus. Holzweg, Holzweg, Holzweg. Hab ich wirklich den gesamten Holzweg gebraucht? Stimmt, ja, den hatte ich ja, ähm, ich glaub, den hatte ich, ähm, abgezählt. So, das sieht auch schon wesentlich besser aus. Ähm, die Vogelscheuche, die Sammlervogelscheuche kann ich hierhin stecken. Dann würde ich sagen, lege ich die mal hierhin. Wunderbar. Dann kann ich nämlich das Feld vielleicht gegebenenfalls erweitern, wenn die 10 mal 10 machen. Das müsste ich mir dann theoretisch merken. Ja, der Hund ist super. Das ist ein lieber, Diego, Das ist ein ganz lieber. Ja, wer ist ein lieber, Diego? Du bist ein lieber. Wuff, wuff. Komm, los, fang das Stöckchen. Ich, ich weiß nicht. Ähm, Katzen und alles, ich bin auch, generell, nein, nicht den gewöhnlichen Pilz essen, bist du des Wahnsinns. Aber ich finde, auf einem Hof, wenn du schon so einen großen Hof hast und Platz hast, dann muss da auf jeden Fall ein Hund hin. Dann muss da auf jeden Fall ein Hund hin. Das habe ich übrigens auch bei Farmtogether. Auf meiner Farm habe ich da übrigens auch einen Hund rumliegen. Obwohl du dir da echt viele verschiedene Haustiere zulegen kannst. von einer Eule. Ähm, das letzte Event, was dort war, dieses prähistorische Event bei Farmtogether, da konntest du dir einen kleinen Flugsaurier als Begleiter, als Haustier holen oder eine Katze. Aber, ich bin da mit meinem Justin, mit meinem Dalmatiner Justin eigentlich wunderbar zufrieden. Und, es gibt Leute, die ihr Haustier immer so ein bisschen mal ändern, aber ich bin, was das angeht, eigentlich ein bisschen altbacken, weil, ähm, ich habe mich einmal für den Hund entschieden. Also, machst du ja im Real Life auch nicht, ne? Holst du hier einen Hund und nach ein paar Wochen oder so, sagst du, ich habe keinen Bock mehr auf das Vieh, ähm, holst du hier einen neuen Hund. Das macht man einfach nicht. Und, so denke ich natürlich auch virtuell. Ne, bei Stardew Valley, äh, bei Stardew Valley nicht. Das ist, ähm, das Spiel heißt wirklich Farmtogether. Das ist so ähnlich wie Stardew Valley, nur ist der Fokus da wirklich komplett aufs Farm aus. Und, ja, ist nicht ganz so, ist nicht ganz so facettenreich wie, äh, wie, wie Stardew Valley. Achso, ich habe ja jetzt keine Axt mehr. So, okay, ja, wenn die abgebaut werden, dann kann ich das hier alles wegmachen. Zehn mal zehn, das bedeutet, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ah, stimmt. Genau, so hatte ich das gemacht. Dann baue ich das vielleicht um. Mach das um eins kleiner. Mach das hier weg. Stell die Vogelscheuche hier, wo der Pfeil ist, äh, wo der Mauszeiger ist, hier hin. Mach auf der anderen Seite vielleicht nochmal was. Muss mal gucken. Und Honig. Super. Ich will mal gucken, wie viel der Wildhonig kostet. Ob der ein bisschen Kohle einbringt oder nicht. Ähm, ansonsten muss ich gucken, dass ich ein Fass herkriege. Ein Machgefäß, macht aus Gemüse eingelegtes oder aus Früchtenmarmelade. Ähm, weil ich muss nämlich langsam Mayonnaise-Maschine... Ich geht, ich geht. Ein Feld nach rechts. Aber wenn die 10 mal 10 ist, dann... müsste die Vogelscheuche... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, wenn der Slagsi wieder da ist. So, will ich mal den Honig verkaufen? Ich will mal gucken, wie viel Kohle der gibt. Warum eigentlich nicht? Ähm... Wie viel Lehm hab ich eigentlich? Vielleicht baue ich mir nochmal ein... Vielleicht baue ich mir nochmal ein... Wieder da. Willkommen zurück. Ähm, eine Frage. 10 mal 10. Was... Wie mein... Wie meint... Wie wird das denn gemeint? 10 in alle Richtungen? So kreuzweise? Oder... Ähm... Link... Äh... 5 links, 5 rechts? Äh, du meinst jetzt mich, ne? Genau, dich mit der Vogelscheuche. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Vogelscheuche ähm... Stehen hab, kann ich, ähm... Bis zu 10 Schritt... Bis zu 10, ähm... Vertreibe die Krähen 10 Felder in alle Himmelsrichtungen, ne? Ah, ne, es sind doch nur 8 Felder. Warte mal, ich hab fix gegoogelt. Ah, 8 Felder, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast quasi einen Radius von 17. Warte mal, ich schick dir ein Bild auf WhatsApp, dann weißt du, wie ich's mein. Ah, okay. Ich weiß schon, wie du's meinst. So, Bilder selber, bevor es hier groß war... Ja, Gott. Gut, ich geh pennen. Dann pausiert das Spiel auch. Und dann geh ich nochmal kurz strullen. Hm. Der Wildhonig gibt einen Hunderter. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Alter, ich sag's dir, ich bin so ein Bauer. Ich war vorhin einkaufen, hab die Tüten im Auto vergessen. Oh je. So schlimm. Ah, der Käse ist gut durch und die Milch ist warm. Na ja. Wenn's keine Frischmilch gewesen ist, dann... Nee, Haarmilch. Alles gut. Ja, das ist dann... Dann ist das in Ordnung. So, ich geh mal kurz strullen. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt sind wir alleine. Sascha ist weg. Anarchie im Bett. Was könnte mir auch passieren? Ja. Ich bin mal gespannt, ob er das mit der Vogelscheuche rafft. Was könnte mir auch passieren? Ja, ansonsten, ich hoffe, allen geht's gut. Bei diesem auch so beschissenen Wetter. Bei uns regnet's gerade mal wieder. Grau in grauer Himmel. Aber am Wochenende soll's ja besser werden. So. Oh nein, scheiße, bin um, ist wieder da. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht mein Zeichentablet auspacken sollte und mein nächstes Feld vielleicht per Blaupause planen sollte. Darauf hätte ich mal Lust. Ja, dann mach doch einfach mal. Warum nicht? Ja, ich weiß halt nicht, was ich da alles umstellen muss. Ich auch nicht. Ich weiß halt vor allem auch nicht, ob euch das interessiert, weil dann würden wir nämlich Stardew Valley aktuell mal ein bisschen pausieren. Insgesamt 16. Ja, also hier ist es wurscht, ne? Ich meine, ich kenn Stardew Valley sehr gut. Sekunde, ich muss selbst noch mal gucken, ob ich überhaupt die Suche dazu hab. Beziehungsweise dank dem absolut tollen Creator-Update von Windows. Es ist zwar ganz, ähm, grüß dich Justin, es ist zwar ganz nett. Aber die haben meinen Notizblock umgeendet in ein fucking Whiteboard. Boah, die Schweine. Ja, Windows heißt, Microsoft. Ohne natürlich zu fragen. Von daher würde ich es schon ganz gerne mal ein bisschen testen. Mega gut, bei uns im Netto sind momentan Hasselröder Bierkästen im Angebot. Kriegst zwei zum Preis von einem. Oh, geil. Halt zuzüglich Pfannen, klar, aber mega gut. Das bedeutet, ich hab gehört, du kommst mich am Wochenende besuchen und bringst einen Kasten mit. Ja, easy, Mann. Wo wohnst du noch mal? Irgendwo buchst du, ganz weit oben, ne? Nö, ich wohne in Hessen, also gar nicht mal so weit weg. Ach so, das hessische. Das hessische. Stimmt, das liegt ja bei mir quasi nebenan. So in etwa, ja. Das bedeutet, am langen Wochenende, wenn ich keinen Bock hab, auf diese Kackstadt hier. Kackstadt? Dann könnte ich dich und den Frank besuchen kommen. Geil. Ja, so ein Ding müssten wir eigentlich echt mal starten. Ja, also drei Streamer, drei Let's Player treffen sich und machen so einen Gemeinschafts-Stream draus. Gott, wir kriegen so einen Mario-Hack am besten, geht immer am steilsten. Ich kann mich noch dran erinnern an dein Let's Battle. Da noch ordentlich einen reingetüdelt dabei. Mit dem Legend-Player. Alter, der Legend. Das war auch so schade. Wo du dann diesen Strafheck spielen musstest, du dann geheult hast. Dass ich das Ding verloren habe, das ist unglaublich. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, aber... Ja, manche... Manchmal darf man sich echt nicht... Ich hab aber nicht ganz verfolgt, ob er ehrlich war. Das weiß ich nicht. Bitte? Ich denke mal, bei so Sachen... Da muss man sagen, die meisten Gamer, die was im Kopf haben, sind, was das angeht, ehrlich. Weil irgendwie... Normalerweise ist es ja menschlich, dass wenn man versagt und der andere das nicht weiß, dass man es versucht, immer so ein bisschen runterzuspielen. Das ist völlig natürlich, das ist normal, weil der Mensch einfach von... Wenn man kein Arschloch ist, ja. Weil der Mensch von Natur aus in der Regel nach Anerkennung strebt. Das ist völlig normal, das ist so, da kann man nichts machen, das ist einfach so. Es ist menschlich. So, Punkt. Und, ähm... Ja, manche... Bei Gamern hab ich so das Gefühl, entweder sind Gamer natürlich komplette Arschlöcher, die auch in Online-Spielen hacken würden. Oder aber, ähm... Oder halt, wir sind halt schon ehrlich, weil beim Zocken mit Gamer hab ich so das Gefühl, wenn die verlieren, sehen sie das nicht als verloren, sondern eher so, okay, dann muss ich's beim nächsten Mal besser machen. Mein Team ist schuld, ne? Nee, nicht mein Team ist schuld, da muss ich... Dann guckt man. Ähm, hier zum Beispiel, genauso wie bei Dark Souls. Da merkst du eigentlich... Da merkst du natürlich dann auch so ein bisschen die, ähm... Okay. Wer hat den Hund eigentlich Diego genannt? Ich. Hattest du mal einen Hund namens Diego? Was war denn das für ne... Was ist denn das für ein Gekratel? Das wüsste ich auch gerne. Das war irgendein Plan. Bitte nicht. Alter. Neu. Was ist das? Holy shit, sieht aus wie ein Bus. Das war irgendein Zahlenstrahl. Nee, nee, das war irgendwas zum Veranschaulichen. Ach so. Machen wir mal ein neues Whitewatch. Ich will mal gucken, ob ich den Hintergrund ändern kann. Notizenraster. Gab's da mal nicht so ein Minigame oder so eine Seite, wo man mit ein paar Kumpels Pokémon malen konnte und wer es zuerst erraten hat? Oder erst den Namen von dem Pokémon schon malen? Ähm, Draw, äh, Draw I.O. war das. Ja, Draw irgendwas, genau. Das war eigentlich ganz cool. Das war ganz lustig. Da musste man, und da hat man, ähm, da hat man, ähm, Bilder reinbekommen. Nee, du kannst hier irgendwie kein Karo-Muster einfügen. Naja, auf jeden Fall. Kann ich das irgendwie wieder löschen? Weißt du, frägt der Informatiker mich. Das ist ja das Problem. Ich bin eigentlich mit einer komplett anderen Software, ähm, ich benutze das ja, aber mit einer komplett anderen Software. Mhm. Und seitdem dieses Creator Update, das haben sie auf meinem Laptop nicht gemacht. Das ist ja das Problem. Ich arbeite ja mit sowas eigentlich nur mit meinem Laptop. Ähm, deswegen habe ich davon keine Ahnung. Ähm, auf meinem Laptop haben sie es nicht gemacht. Da läuft alles so, wie es sein soll. Und hier jetzt, äh, auf dem Rechner haben sie das Creator Update reingeballert. Und dann, pfff. Naja, auf jeden Fall hast du ja gesagt, die, ähm, Vogelscheuche. Ach, warum? Äh, was ist das? Hinterfragen wir das mal nicht. Hallo, ich wollte es radieren. Danke. Ja, genau das ist das Problem. Die haben einfach was umgeändert und da kannst du jetzt nicht mehr mit arbeiten. Ah, ich verstehe. Also was liebe ich, ja. Eine Sekunde. Da war was, da war was anderes. Ähm, da brauche ich die Hawaiian-Tablet-Software. Weil normalerweise ist das, äh, Zeichen-Tablet, was ich habe mit seinen verschiedenen Knöpfen auf der linken Seite, da ich aber Linkshänder bin, habe ich das andersrum stehen. Und das habe ich in der Software, habe ich das eigentlich auch drin. Ja, jetzt geht's. Ähm, in der Software habe ich, das ist eigentlich auch drin, aber, ähm, wenn die Software nicht gestartet ist, dann dreht sich das, äh, Dings nicht. So, auf jeden Fall, ähm, haben wir ja hier die Vogelscheuche in der Mitte. Warum? Ja. Ah, komm, geh mich auf den Sack. Entschuldigung. Warum ist das jetzt irgendwie... Ich will das nicht festhalten, ich will malen. Ich will malen. Meine Güte, ich will was zeichnen und nicht irgendwie... Das ist doch so ein Müll. Dieses Microsoft... Microsoft Whiteboard. Da habt ihr mal wieder gezeigt, dass ihr am besten... Lasst es einfach sein. Geht aufs Arbeitsamt und kehrt den Hof. Ernsthaft. Guck mal, hier, Zuckerweibchen hat völlig recht. Ist ja einfacher, du nimmst, äh... Genau, ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Das Problem ist... Warum kann ich nicht... Hallo, warum kann ich nicht malen? Das ist das Problem. Dass du mich malen kannst, ja. Ja, ähm, wenn ich... Ja, der... Er kennt jetzt den Mausdruckzeiger nicht als Zeichentool, was er eigentlich machen sollte, sondern... Als, ähm... Dingsbums. Als... Hier, ich verschiebe das Blatt. Nimm doch einfach Paint, Mann. Ja, das ist traurig. Das ist traurig. Haben sie schon so ein schönes Tool? Und dann... Ja... Microsoft kann mal wieder gar nichts. Das ist gute alte Paint. Jawohl. So. Wir haben hier die Vogelscheute. Das bedeutet, die geht 17 Schritte nach oben. Ne, 16, ne? Waren das. Hm, wenn du die Scheuche mitzählst, 17. Ne, 8. 8, genau, stimmt. 8 hier lang. Und 8 hier lang. So. Genau. 8. Und hier genauso. Das bedeutet, ich habe hier insgesamt einen Bereich... Dann nochmal nach links und nach rechts, 8. Das ist das Problem, wenn du halt nicht, äh, wenn du nicht parallel zum Bildschirm stehst, ist das Zeichnen mit dem Zeichentablet ein bisschen blöd, weil du nicht auf das Blatt Papier guckst, sondern auf den Bildschirm. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das bedeutet, ich habe hier 17... ...zu 17. Ich würde es ja mit der Maus malen, aber ich... Pfff. ...auf das Bild und nicht auf deine Hand. Und von daher... ...wäre das eigentlich super. So, hier auch. 17 zu 17. So habe ich übrigens meine Minecraft Blaupausen auf unserem Server gemacht. Am Anfang. Das war ganz cool. Okay. Ähm... Die Frage ist, wie möchte ich das... Wie möchte ich das denn, Posant, ähm... ...bauen? Wege oder Normalwege? Das war überstürzt. Ich hätte mir vielleicht vorher mal ein paar Gedanken machen sollen. Nicht speichern. Na gut. Gut, ich muss mich erst mal wieder mit meinem ach so tollen Zeichentablet... ...ein bisschen... Oder du machst es halt einfach mal Ingame... ...und suchst dir eine freie Fläche raus... ...setzt in die Mitte da so eine Vogelsteuche hin. Das ist ja zu einfach. Und machst es mit der Hacke. Das ist mir zu einfach. Ich will jetzt Plan haben. Also wie gesagt, was das angeht, bin ich so ein bisschen eigen. Dann ziehst du noch einen schönen Zaun drumrum und dann hast du deine... Du wirst lachen, wenn ich den Plan so drin habe, wie ich habe, dann drücke ich den sogar aus. Du wirst lachen, ich habe mir extra wegen... ...weil wir ja eine Zeit lang Stranded Deep gespielt haben. Und ich unbedingt irgendwann mal wissen wollte, wo welche Insel ist. Habe ich mir sogar DIN A 2 Millimeter Papier bestellt. Das liegt hier noch, umgeöffnet. Und wollte mir eigentlich eine Seekarte zeichnen. Damit ich ungefähr weiß, welche Insel ich wo habe. Weil es mir nämlich im Spiel sehr oft passiert ist, dass ich dann losgefahren bin, um Ressourcen zu sammeln. Habe mich dann verfranst und habe es nicht mehr geschafft, nach Hause zu kommen. Auf die Heimat, beziehungsweise auf die Hauptinsel. Und um das zu vermeiden, wollte ich wirklich eine Seekarte zu Stardew Valley, zu Stranded Deep malen. Aber dazu bin ich noch nie wirklich gekommen. Das war immer nur so ein Gedankenspiel. Was eigentlich schade ist, weil Materialien habe ich. Ich habe einen großen Zirkel, ich habe einen riesen Geodreieck. Ich habe DIN A 2 Millimeter Papier. Ich habe Eddings. Ich habe mir alles besorgt dafür. Und wollte das eigentlich dann mal im Stream machen, weil du dann ja das Spiel nebenher mitlaufen lassen musst. Die letzte Karte, die ich mir gemalt habe, tatsächlich, war von The Forest. Habe ich mir die Karte nachgemalt. Okay. Mir dann Höhleneingänge und gewisse Dinge markiert und so. Das macht schon Spaß, muss man sagen. Also das fordert bestimmt. Ich habe mir dann halt angeguckt, wie man Seekarten malt. Und deswegen Millimeter Papier, DIN A 2, so groß wie möglich. Und ja, mit Winkelabmessung, mit allem drum und dran. Ein bisschen viel, viel Mathematik. Aber ist immer schwierig. So. Naja, komm. Machen wir mal wieder zurück zum Spiel. Ich würde sagen, für den Winter lasse ich das erstmal. Am nächsten Tag gehe ich zu Robin. Oder ich könnte heute zu Robin gehen. Könnte mir nochmal ein Silo holen und baue hier dieses gesamte Ding komplett mal ab. Und dann fange ich mal an, mal ein richtig schönes Feld zu bauen. Oder ich warte auf... Ah, das ist schwierig. Ich weiß nicht so ganz. Eigentlich müsste ich hier neben dem Teich was bauen. Das Feld. Das wäre super. Da hätte ich genug Platz. Welcher denn der Becher ohne Henkel, Robin Hood? Na gut. Okay. Ich muss erstmal gucken, was ich hier gerade mache. Ich bin hier gerade ein bisschen verloren. Erstmal mein Inventar sortieren. Vielleicht gehe ich nochmal in die Mine. Dann kann ich nämlich nochmal ein bisschen Kupfer abernten. Und wenn ich Kupfer abgeerntet habe, dann kann ich das zu Stahl machen. Obwohl das eigentlich vielleicht eine Aktion für den Winter wäre. Weil, wie gesagt, die Mädels sind alle glücklich. Das ist super. Der Rest ist mir egal. Ähm, ja. Ah, super. Das Mädel hat Kaffee für alle mitgebracht. Ich bin mit meinem Eistee glücklich. Ich bin nämlich nicht so der Kaffeetrinker. Aber ich wertschätze deine Geste auf jeden Fall. Soll jemand, man will ja nicht, dass man mir nachsagt. Ich wäre meine Artikulation so extrem eingeschrunken, dass ich kleine Gesten nicht zu schätzen weiß. Das ist nicht okay. Kaffee ist immer gut. Ja, ich bin ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich mag keinen Kaffee. Ich rieche den gerne. Und wenn ich aufwahre und der Kaffee-Duft in der Wohnung liegt, dann ist es super. Das ist cool. Aber der ist mir selbst zu trinken zu bitter. Ja, trinke ich lieber einen warmen Kakao oder so. Oder Zitronentee. Oh, Zitronentee ist super. Das Zitronentee-Granulat. Oh, da habe ich mal meinen Chef zum Schaudern gebracht. Er hat mich nämlich mal angeguckt, als ich mir dann diesen warmen Zitronentee gemacht habe. So, ah, dieses süße Dreck. Ich dann so, Ralf. Guck mich dann so an. Ich gucke ihn so an, grinst so ein bisschen. Der so, was hast du vor? Dieses Grinsen gefällt mir nicht von dir. Nämlich erst mal so einen dicken Eislöffel Zitronentee-Granulat. Geil. Hau das in meinen Mund. Und der so. Und ich verkneife mir auch so dieses Ziehen, weil das war dann doch eine dumme Idee. Mein Ausbilder, der Thomas, dann so. Ja, Sascha. Ich dann so. Das war doch zu viel. Der so. Hast du das nur gemacht, um den Ralf zu ärgern? Ich so. Ja. Der so. Tja, muss mir die Konsequenzen leben. Linus braucht Höhlenkarotte. Super. Nehmen wir, machen wir gleich. Dann habe ich hier noch irgendwo rumliegen. Ich weiß, dass Zitronentee, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir mal so, gerade die Jüngeren, ähm, bei uns im Büro, äh, wenn die jetzt Kaffee trinken und sich da drei, äh, hier so zwei bis drei Löffel, ähm, Zucker da in den, äh, in die Kaffeekanne reinmachen, da denke ich mir, ich kann mir auch ein, zwei Teelöffel von diesem Zitronentee-Granulat reinmachen und da heißes Wasser reingippen. Ist das mehr oder weniger Zucker? Ähm, die Masse ist ja, hm. Also von daher, ja, da muss man dann halt auch gucken, ähm, ja, was denn jetzt, ne? Ich trinke meinen Kaffee schwarz wie die Nacht. Mir ist der Kaffee einfach generell zu bitter. Genau. Riecht gut, aber der ist mir so zu bitter. Also wenn man seinen Kaffee halt nicht schwarz trinkt, wenn man da noch Milch reinmacht und Zucker und allem drum und dran, da denke ich mir so, ja super, was ist dann jetzt daran der Unterschied zwischen einer Tasse Kaffee mit zwei, drei Löffel Zucker und halt ein Glas Eistee? Kann ich ja klein Limo trinken, ja. Ganz genau. Ich bin ja, was das angeht, voller Cola-Junkie. Wir hatten mal im Sommer im Büro, normalerweise gibt es bei uns ja immer nur Wasser im Büro und so ein Kram, aber wir hatten halt einmal, ähm, äh, wir hatten halt einmal Dingsbums. Einmal im Sommer hat der Chef dann mal einen Kasten Cola geholt und da hatte ich so einen Brand, da hab ich voll in eine ganze, ganze Flasche gepullt. Am nächsten Tag war dann extra Cola-Kasten für mich in der eingestellten Küche und hat gesagt, das, dieser Kasten ist jetzt nur für dich, aber den will ich auch, dass du den in der nächsten Woche leer machst, sonst kaufe ich dir keinen Kasten mehr. Ja, der war dann am dritten Tag schon leer. Wow. Ich hatte da richtig... Drei Tage einen Kasten Cola gesoffen. Ja, es waren halt so Literflaschen. Alter. Und, warte mal, ich kann doch auch zu Robin gehen, was willst du denn für ein Futter-Silo haben? Ich will noch ein, äh, sie. Kupfer, Wachen und Dreck. Lehm, Kupfer und Stein, okay. Gut, und Linus, der will die Höhlenkarotte haben. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich richtig viel Cola getrunken, dafür habe ich kein süßes getrunken, äh, gegessen oder so. Und von daher war das durchaus in Ordnung. Aber, naja. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Sagte der Typ, der mindestens eine Flasche Eistier am Tag trinkt. Naja, ich bin mich ja schon so ein bisschen am Umstellen, von daher... Och, Linus, wo bist du denn, du Lappenlurch? Wo gammelt der denn immer rum? Naja, oben rechts am See. Ja, normalerweise, aber da war er jetzt gerade nicht. Oder ich habe ihn übersehen. Hast du in seinem Zelt geguckt? Gut, ich will da eigentlich ungern rein, ich fühle mich da immer so ein bisschen schäbig, wenn ich beim Linus in sein Zelt reingehe. Weil der kann es ja nicht abschließen. Und egal, wie befreundet du mit dem Linus bist, du kannst immer in sein Zelt rein. Finde ich nicht in Ordnung. Dann gammel ich lieber bei der Harley im Zimmer rum. Und verstecke mich unter der Bettdecke. Haley, du Harley-Davidson. Ach, Haley ist mir egal. Ich werde es nie wieder hinkriegen. Ich habe es jetzt einmal mit der Harley drin und... Haley, Haley. Daley, Schnelli. Ja, Harley. Yeah. Auf der reite ich wie auf der Davidson. Hahahaha. 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 Okay, jetzt haben wir mal wieder genug. Das haben wir mal. Resident Sleeper. Was? Sleeper? Hier, Resident Sleeper. Ah. Ich habe übrigens... Habe ich noch Resident Evil Zero drauf? Ich habe es beim letzten Mal aufgegeben. Oh ja. Ähm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das weiterspielen will. Äh, nee. Das habe ich mir nur wegen Frank seinem Deal geholt. Und das hat mich ein Fünfer gekostet. Und hat echt keinen Spaß gemacht. Ja, du willst es nicht weiterspielen. Es... Ja, ich hätte Smokjov assistiert lassen sollen. Gerade bei den alten Raises. Ich habe nämlich das...